Musik Hey Lieben, ich bin Mia und ihr schaut Losi-Losis. Hallo ihr Lieben Losi-Losis. Hallo, danke, danke. Hallo und herzlich willkommen bei den Losi-Losis auf YouTube. Ich bin die Hanna. Ich bin die Sarah. Ich stehe hier vor meiner Uni. Ich bin der Sven und ich bin ab jetzt samstags alle zwei Wochen hier für euch auf dem Kanal. Unglaublich, wir haben 2000 Abonnenten. 2000 Abonnenten und Abonnentinnen und sogar noch mehr konnten wir über das letzte Jahr erreichen. Danke. Für euer Engagement. Yay, 2000 Abonnenten. Danke. Für eure Kommentare. Danke für die Zeit, dass ihr uns unterstützt habt, dass ihr uns immer noch fast jeden Donnerstag schaut. Ohne euch würde dieses Projekt wahrscheinlich nicht mehr existieren, deshalb auch wirklich ein großes Dankeschön an euch. Ohne euch gäbe es keinen, für den wir das tun würden. Ein ganz großes Lohn natürlich an euch und danke. Danke fürs Einschalten. Und dass wir durch euch leben. Danke. Doch das Projekt lebt nur durch dich. Das Projekt ist super. Ich verfolge uns schon sehr lang. Danke. Also das ist schon der, also nicht wir, sondern das Projekt, dass unser Projekt durch euch lebt. Danke für alles. Danke. 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 Ich habe für euch noch ein kleines Gedicht vorbereitet. Ich wünsche euch alles, alles Gute im neuen Jahr. Okay, danke schön. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr hier aus Freiburg im Reisnau. Habt ihr Vorsätze? Ein Vorsatz sollte auf jeden Fall sein, uns weiterhin treu zu bleiben. Dafür bin ich da. Wir sehen uns dann im neuen Jahr, alle zwei Wochen Samstag. Ich freue mich, ich hoffe, ihr euch auch. Schreibt weiterhin ganz, ganz viele Kommentare. Wir haben einen Vorsatz. Genau, wir wollen einen Wagen bei einem CSD haben. Einen The Nosey Rosie Wagen. Hättet ihr Bock darauf? Abonniert uns. Also, ein schönes neues Jahr. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Euer The Nosey Rosie Team. Tschüss. Tschüss. Das alte Jahr, es ist vorbei. Doch die Nosey Roses sind weiterhin dabei. 250.889 Kanalaufrufe. Das bringt uns echt auf die nächste Stufe. Wir sind bei YouTube seit 2010. Doch ohne euch würde das nicht gehen. Ihr bringt uns die Themen und schreibt Kommentare. So begleitet ihr uns durch die Jahre. Über 2000 Abonnentinnen sind uns regelmäßig treu. Das ist es, worüber ich mich freue. Wir blicken nach vorn, auch wenn manche uns hassen. Doch auch von Homophobie werden wir uns nicht unterkriegen lassen. Gemeinsam brechen wir diese Schranke. Für euer Engagement sagen wir Danke. Danke. Vielen Dank.